Bist du bereit, dass wir da drei, vier Knieballen machen miteinander? Gerne. Hallo, grüß euch. Da ist ja wieder der Günther. Ich bin in Linz auf der Landstraße unterwegs und schau einfach mal, ob es da Menschen gibt, die ich zum Sportlern bewegen kann. Oder willst du Ligastütz machen? Ist egal. Hey, wenn man Ligastütz macht... Ich sag, ich schaff mehr Ligastütz wie du. Nein, schaff ich eh nicht. Na, hab ich eh nicht. Ja, aber hallo. No risk of fun. Gehen wir. Ein paar Häuser. Feiert uns ein wenig an. Da soll ich nicht mehr sagen. Das klappt man nicht. Das klappt man nicht. Ja, Linz ist fit. Wir machen aber die Woche wieder eine Übung im Stein. Hände seitlich wittgen. Und der Fuß geht auf und ab. Zehenspitzen schauen wir euch vor. Die Hände sind in der Schulter hängen. Der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Ja, ist nicht nur eine Kräftigungsübung, sondern auch eine Gleichgewichtsübung. Die Übung wieder sechs Minuten machen. Jede Seite dreimal belassen. Ich werde Versucher mich fünf Sekunden belassen. Zehn Sekunden Pause machen. Viel Spaß auf jeden Fall wieder mit der Trainingswoche. Dramatische Musik Bis zum nächsten Mal. гу Bis zum nächsten Mal.